Und der ist drin! Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Schöne Ecke, schön verwandelt, runde Sache. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. So, jetzt können wir uns den Treffer, den Treffer, den Treffer und den Treffer, den Treffer.